Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen ein neues Produkt der Firma Paulmann vorstellen. Das Produkt eignet sich bestens, um einen RGBW-Kompakt-Dimmer im Außenbereich zu montieren. Das IP68, also ein wasserdichte Gehäuse, ist bestens geeignet, um den RGBW-Kompakt-Dimmer direkt darin zu verbauen. Mit dem Lieferumfang sind zwei PG-Verschraubungen, um die Wasserdichtigkeit gewährleisten zu können, sowie zwei Verbinder, einmal für die 24 Volt und einmal weiter zum dementsprechenden Leuchtmittel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dies war ein kurzer Einblick in das neue Gehäuse der Firma Paulmann. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal.